schatz komm mal wo bist du wenn du da hinten ich bin jetzt hier zuhause da kommt ob so mal kurz mit das ist natürlich ich kann es aber nicht besser ich bin aufpassen auf lustlauf äh was hast du denn im langschnitt Das war's für heute. Das muss er alles nochmal neu machen hier. Das war's für heute. 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 Wo sind denn die Karöttchen? Wo sind denn die Karöttchen? Blumenkohl, Winterkürbis, Lauch. Schatzi, wo sind die Karöttchen? Angebaut. 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 Ja, wo angebaut? Angebaut. Warum ist das so? Warum ist das so? Weil ich gucken will, wie weit sie sind. Die brauchen noch. Ich würde trotzdem gerne wissen, wie weit sie sind. Darum sag mal, wo? Warte, ich guck. Wir müssten ja so gesehen zwei gewesen sein. 43%. Wo? Ach, da hinten? Okay. 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 Wieso ist der Fluss eigentlich so gerade? Als Abschluss. Was für ein Abschluss? Was für ein Abschluss? Was für ein Abschluss? Von unserem Land. Ich baue da noch ein Brückchen drüber. Hä? 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 Ich baue da noch ein Brückchen drüber. Ja, aber ich habe noch nie so gerade einen Fluss gesehen. Schau dir mal die Eltern in Emding. Nein. Die ist auch nicht natürlich. Was? Doch, die Eltern in Emding doch. Die fließt da doch. Nein. Die läuft strikt an Emding vorbei. Trotzdem, das sieht unnatürlich aus. Was bitte so, dass es schön aussieht. Und nicht wie bei Strichmännchen. Das darfst du gerne tun. Wieso muss ich immer alles verbessern, was du machst? Was? 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 Oh. Was. Was? Was? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was hast du da hinten gebaut? Dieses kleine Zaun? Ach, Höhle. Muku! 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 Lol! Zweimal Garten nebeneinander. Oh, weißt du, wo die Kühen sind? Ja. Ja. Ah, übrigens, ich hab da was gefunden. Hier. Was denn? Die waren da hinten nebeneinander. Okay. Nö, das ist ein Pferdchen. Das ist ein Schweinchen. Das ist ein Schäfchen. 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 Pferdchen. 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 Ziege. Kuh! Komm mit! Kuh! Kuh! ала! Das war's für heute. Oh, die Ziegen geben auch Leder. Ja, Schweinchen, euch hol' ich später. Oh, die Ziegen. Oh, die Ziegen. Oh, die Ziegen. Oh, die Ziegen.